Herzlich willkommen zum vierten Orgelkonzert hier im Alfred-Krupp-Saal der Philharmonie Essen an der großen Kuhn-Orgel. Variation ist unser Programm heute überschrieben. Wir beginnen mit César Franck im 19. Jahrhundert in Paris mit Prélude, Fug et Variation, H-Moll, Op. 18. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Teich zu Charles Ives. Am Ende des 19. Jahrhunderts komponiert er seine Variations on America, die damalige amerikanische Nationalhymne. Vielfältig sind seine musikalischen Mittel, Bitonalität wendet er an, das Pedal wird virtuos genutzt, die Manuale in allen ihren Facetten. Viel Freude bei Charles Ives Variations. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020